So harmlos diese Lacke aussieht, sie enthält einen regelrechten Cocktail aus Pestiziden. Um Menschen zu gefährden, ist die Dosis glücklicherweise zu gering. Für jemand anderen, jemanden der für die Herstellung von einem Großteil unserer Lebensmittel Unerlässliches leistet, können sie jedoch fatale Auswirkungen haben. Die Bienen, denn Pestizide und ganz besonders Neonicotinoide sind in hoher Konzentration sofort tödlich für sie. In kleineren Dosen beeinträchtigen sie die Immunabwehr, die Orientierungsfähigkeit und die Kommunikationsfähigkeit. Und die Neonics können sie, wie Wissenschaftler erst kürzlich herausgefunden haben, süchtig machen. Die Bienen werden so wie wir Menschen süchtiger, ist auch kein Wunder, weil ein ähnliches Belohnungszentrum im Hirn, das bei uns, wenn wir zum Beispiel Nikotin rauchen oder ähnliche Drogen zu uns nehmen, angeregt wird, wird auch bei der Biene angeregt. Trinkt also eine Biene von diesen Lacken, kann sie dadurch nach den Neonicotinoiden süchtig werden. Sie fliegt künftig immer wieder das belastete Wasser an, dadurch verbreitet sie die Giftstoffe im gesamten Bienenvolk. 2014 starblaubt Imkerbund fast ein Drittel der Bienenvölker. Die Ursachen sind vielfältig. Witterungsbedingungen, die die Ausbreitung von Bienenkrankheiten und Parasiten begünstigen und Pestizidcocktails dürften dabei aber zusammenspielen. Wenn diese Neonicotinide in die Bienenstöcke getragen werden, weil sie im Pollen vorkommen, weil sie im Wasser, das die Biene trinkt, vorkommen, dann führt das zu einer schleichenden Vergiftung des Bienenstocks und dann am Ende sieht man ein Bienenvolk mit sehr viel Krankheitserregern. Doch das Zulassungsverfahren für Pestizide berücksichtigt bislang nur die unmittelbar tödliche Wirkung von Pestiziden. Und noch ein Problem gibt es, die Hersteller mussten lediglich das Risiko für die Honigbienen untersuchen. Jedoch gibt es allein in Österreich 700 verschiedene Wildbienenarten. Da wären zum Beispiel die Glockenblumen-Sandbiene, die Sommerpelzbiene, die Malarven-Lankhornbiene und noch 697 andere. Ein Großteil davon ist gefährdet. Während die Honigbienen nachgezüchtet werden kann, ist das bei Wildbienen nicht möglich. Stirbt eine dieser Wildbienenarten aus, stirbt auch ein Teil unserer Natur, wie ein Experte am Beispiel der heimischen Orchideen erklärt. Zum Beispiel bei Orchideen ist es der Fall, dass manche Orchideenarten von zum Beispiel Sandbienenmännchen bestäubt werden. Wenn dieses Sandbienenmännchen nicht mehr da ist, dann wird diese Art vielleicht früher oder später aussterben. Und das Kritischste an der Sache, es ist kaum jemandem bewusst. Denn mal ehrlich, wussten Sie bis vor ein paar Sekunden, dass es überhaupt mehr als nur die Honigbiene in Österreich gibt? Abhilfe schafft ab sofort die Global 2000-Bienen-Check-App, dank der jeder bei der größten Wildbienenzählung Österreichs mitmachen kann. Also die Idee ist ja, die größte Wildbienenzählung Österreichs durchzuführen. Was interessant ist, ist wahrscheinlich, dass jede einzelne Biene, die hier gesichtet wird, wenn der User es zulässt, über GPS getrackt wird. Damit das großen Spaß macht und man viel über die Bienen erfährt, dafür haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen. Es gibt unnützes Bienenwissen, wo man ein bisschen über die Bienen im Allgemeinen erfährt. Und ich habe natürlich die Social-Media-Integration, das heißt, ich kann die Bienen, die ich fotografiert habe, teilen. Ich kann einem Experten um Rat fragen. Damit auch unsere Kinder noch so viele Bienen zählen können wie wir heute, fordert die Umweltorganisation Global 2000, dass die EU-Kommission heuer das Neonix-Verbot im Sinne der Bienen verlängert und darüber hinaus bei der Zulassung von Pestiziden auch die Auswirkungen der Stoffe auf Wildbienen und nicht nur auf die Honigbienen berücksichtigt. Berücksichtigt Vielen Dank.